Ich möchte über drei Szenarien sprechen, wie Bibliotheken in 15 Jahren ihren Platz in der Informationsgesellschaft finden können. Darüber haben wir jetzt in den letzten Vortragen gestern und heute auch schon einiges gehört. Warum 15 Jahre? Es gibt eine Abhandlung darüber, dass wenn man einen Zeitraum sucht für Prognosen, der hinreichend vage ist, wo man selber nicht mehr zur Verantwortung gezogen wird, wenn es anders kommt, der aber auch nicht zu weit weg ist, soll man 15 Jahre nehmen. Von daher dachte ich, bin ich da auf der sicheren Seite. Zunächst noch etwas Begriffsdefinition. Unser Panel ist ja überschrieben mit die Bibliothek als virtueller Raum. Das allererste, woran ich da wirklich dachte, war, das hatten wir doch schon mal. Damals 2008, Second Life. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Damals hat die Bayerische Staatsbibliothek Teile ihrer Gebäude in Second Life nachgebaut, in dieser virtuellen Realität und dort dann auch Vorlesungen abgehalten und Dokumente bereitgestellt. Davon reden wir heute sicherlich nicht mehr, auch wenn ich denke, dass gerade der Bereich Augmented Reality, das heißt die Mischung von physischer und realer Welt durchaus spannend ist. Ich würde aber auch jederzeit sagen, ich würde mich da überhaupt gar nicht drüber lustig machen, ganz im Gegenteil. Ich fand das fantastisch, dass die Kollegen das gemacht haben. Gerade solche Experimente sollten wir im Bibliotheksbereich viel öfter machen. Worüber wir also, glaube ich, eher reden müssen, ist das, was wir jetzt so als Schlagwort der digitalen Transformation kennen. Und zwar wäre mir wichtig, nicht nur unserer Bibliothek oder der Informationsgesellschaft, sondern der Gesellschaft insgesamt. Ich werde das an vielen Facetten versuchen, deutlich zu machen. Drei Szenarien, um die es gehen soll, die, sagen wir mal, gesteigert mutig oder abgehoben werden. Entsprechend fällt das erste Szenario einigermaßen überschaubar aus. Was passiert eigentlich, wenn wir weiter so wie bisher machen? Da kann man erst mal sagen, es war ja nicht alles schlecht. Also hier, Leonard Nowy beschäftigt sich auch viel mit Bibliotheken und er kommt zu dem Ergebnis. Letztes Jahr, rund 220 Millionen Besuche jährlich machen Bibliotheken zu den beliebtesten Kulturinstitutionen im Land. Er spricht hier von Deutschland. Noch vor Museen, Kinos und, Obacht, den Stadien der Deutschen Bundesliga. Das müssen wir erst mal hinbekommen. Einer der Gründe, die Soziologen darin sehen, dass Bibliotheken immer noch so gut besucht sind, und ich glaube, in allen Vorträgen heute wurde betont, wie voll unsere Leseseele sind, ist das, was Ray Oldenburg bezeichnet hat als Bibliotheken, als dritter Ort. Dritter Ort zwischen zu Hause, privat auf der einen Seite und am Arbeitsplatz auf der anderen Seite. Dass es dort einen Ort gibt, der nicht Freizeit ist, der aber auch nicht wirklich Arbeit ist, wo man aber inspiriert wird. Wir haben gerade gestern, wo es um die Bibliotheksbauten ging und wie flexibel wir dort in der Nutzung sind, schon einiges darüber gehört. Das ist genau die Definition von dritter Ort. Ich fand gestern sehr schön, diese Beschreibung. Lernen macht schon auch Arbeit und darum ist es gut, wenn man da so in einer Umgebung ist, die einen so ein bisschen züchtigt, das auch zu machen. Das ist, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, warum es uns eigentlich in Bezug auf die Besucherzahlen ganz gut geht. Der Punkt ist, ich glaube, das wird nicht reichen in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn wir nur sagen, naja, wir sind ein schöner Ort, an dem die Leute sich irgendwie wohlfühlen, das können im Zweifelsfall andere auch. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Ort auch irgendwo mit Funktion und mit Sinn und Bedeutung aufzuladen, wenn wir uns nur darauf spezialisieren, möglichst perfekt Smartboards hinzustellen, ist das, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Und ich würde dir die Frage stellen, dass wir als Bibliotheken, glaube ich, erstmal so den Impetus hätten, naja, wir sind so alt als Institution, wir sind so mächtig, was soll uns schon passieren auf dieser Welt. Und ich glaube, dieser Gedanke, wir sind too old and too big to fail, dass der ganz brandgefährlich ist. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen für eine Institution, die da gerade ganz schön strauchelt. Ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen. Das ist sichtlicherweise eine Kirche. Das ist eine Kirche in Herrn Münden. Da war ich vor gar nicht so langer Zeit in einem Sonntag. Und man sieht es vielleicht da so unten links im Schatten sind Menschen zu sehen, die so vor der Kirche sitzen. Dann denkt man, ach, das ist aber gemütlich. Da trifft sich die Gemeinde dann noch nach dem Gottesdienst. Schauen wir uns doch mal genauer an, was da passiert. Und dann geht man um die Kirche rum. Und das ist also hier der Eingangsbereich. Und dann sieht man schon da links, da ist eine Speisekarte aufgestellt neben der Kirche. Und dann geht man in die Kirche rein. Und da sieht es dann so aus. Das ist also eine entweilte Kirche oder wie ich dann gelernt habe, profanisiert ist der richtige Begriff dafür. Wo jetzt also ein Café eingebaut ist und das sieht alles total schick aus. Schauen Sie sich an, die Originalbänke stehen da noch, schön rot lackiert, Hochglanz. Auf denen sitzt man dann auch wirklich. Das heißt also, das ganze Ambiente der Kirche wird hier wirklich aufgesogen von der Funktionsumwidmung. Trotzdem, ich war mal katholisch, irgendwas schmerzt in mir, wenn ich so etwas sehe. Wenn man ein bisschen rumsucht, dann findet man, es gibt sogar einen Blog in Deutschland unter der schönen Domain kirchenschwinden.de. Es wird seit 2016 nicht mehr weitergeführt, aber dort wurden genau aufgelistet, welche Kirchen mittlerweile profanisiert worden sind. Die also einfach von ihrer Kernfunktion verloren hatten, wo die Gemeinde einfach das nicht mehr genug unterstützt und nicht mehr nachgefragt hat. Und die dann nicht zuletzt aus Kostengründen mittlerweile ganz anderen Nutzungsszenarien überführt worden sind. Und ich glaube, diese Begehrlichkeiten könnten uns Bibliotheken, weil wir haben nun mal sehr, sehr schöne Räume. Was könnte man denn noch alles Schönes machen? Könnte uns durchaus auch passieren. Jetzt werden sie natürlich einwenden, naja, ja, die Kirchen, das, was die verkaufen, das ist Spiritualität, das ist Glaube, das sind Ideen. Wir aber, wir haben Bestand. Das ist das, was uns auszeichnet in unseren Räumlichkeiten. Es sind eben nicht nur die Räume, sondern da stehen eben auch die Bücher drin. Es kam in den bisherigen Talks nicht so klar raus, aber ich würde sagen, Bestand ist auch eine zweischneidige Geschichte, zumindest wenn wir hier vom analogen Bestand reden. Und das, was ich jetzt in ein paar verschiedenen Variationen immer wieder zeigen werde, ist exponentielles Wachstum. Das sind diese Kurven, die sich relativ langsam anschleichen und dann irgendwann sehr, sehr schnell nach oben gehen. Damit können Menschen traditionell dramatisch schlecht umgehen. Wir sind es nicht gewohnt, mit exponentiellen Entwicklungen gut umzugehen. Sie sehen hier einen Chart, welches so die Meilensteine des Informationszeitalters waren und unten drunter abgebildet, was sich Bibliotheken haben einfallen lassen, um dem irgendwie Architektur, also quasi Software oder Ideenarchitektur technisch entgegenzustellen. Beispielsweise 1876 die Einführung oder Erfindung des Dezimalsystems, um also irgendwie eine Klassifizierung überhaupt zu vereinheitlichen. Und ich habe jetzt mal so diesen Grundgedanken genommen und ein paar Charts gezeichnet, die sich so durch den Vortrag ziehen werden. Nicht und zwar im Sinne, wie man das in der VWL macht, nicht mit exakt gemessenen Zahlen, sondern um einfach nur einen Grundtrend zu verdeutlichen. Wenn wir uns mal anschauen, den Zuwachs an Informationen der Menschheit, was also insgesamt irgendwo von der Menschheit als Information produziert worden ist, haben wir also auf der Zeitebene so zwei, glaube ich, ganz signifikante Meilensteine. Es gibt noch mehr, aber die beiden sind sicherlich vielleicht die prägendsten. Zum einen der Buchdruck und dann das Internetzeitalter. Und durch das Internet ging das Ganze dann also wirklich völlig explosionsartig durch die Decke. Wenn man das jetzt gegenhält mit dem, was wir in der Summe aller Bibliotheken weltweit sammeln und an Bestand vorhalten können, dann sehen wir, dieses Rennen sieht gar nicht mal so gut aus. Ich würde sagen, der Buchdruck war natürlich auch für uns Bibliotheken ein Segen. Das heißt also, wir haben gegenüber den Klostern mit ihren Skriptorien eine ganz andere strategische Position plötzlich bekommen. Wir haben dann lange vor dem Internet angefangen, Verbünde zu organisieren, sowas wie Fernleihe möglich zu machen. Das waren also auch alles wiederum strategische Aktionen von uns, die dazu geführt haben, dass wir besser und mehr Information verarbeiten können. So, das Letzte, was passiert ist in dem Bereich, sind die Discovery-Systeme, wo man sich schon darüber streiten kann, ob die noch so wirklich der Weisheit letzter Schluss waren. Und auch wenn wir immer besser werden darin, die Information zu verarbeiten, das, was digital an der Information entsteht, ist pro Sekunde quasi Menschheitsgeschichte ab jetzt so unfassbar viel höher, dass wir Bibliotheken dieses Rennen nicht gewinnen können. Das heißt also, der Bestand, zumal der alte ja immer weniger nachgefragt wird, wir hatten gestern den schönen Chart, dass eigentlich nur die Sachen aus den letzten zwei Jahren wirklich ausgeliehen werden, Sie erinnern sich von Herrn Berger, das kommt noch erschwerend hinzu. Natürlich gibt es dann einige Bibliotheken, die halt wirklich einen unikalen Altbestand sind, wir stehen hier in einer, die werden das natürlich überdauern, aber ich rede jetzt über die Bibliotheken als solches. Das Problem wird weiter verschärft, dadurch, dass mittlerweile das relevante Wissen an ganz anderen Orten passiert. Mein Ceteressensio in so ziemlich jedem Vortrag, den ich halte, ist, wir hätten die Wikipedia erfinden müssen als Bibliotheken. Das war unser Job. Wir hätten das machen müssen. Was ist stattdessen passiert? Die größte Informationsquelle der Menschheitsgeschichte oder die relevanteste Informationsquelle der Menschheitsgeschichte, wir haben sie erst ignoriert, dann haben wir sie belächelt, dann haben wir sie bekämpft und jetzt fangen wir langsam an, irgendwie unsere Normdaten damit zu verknüpfen. Also die ganze Geschichte von Bibliotheken zu Wikipedia ist eine voller missverständliche Unpeinlichkeiten. Wenn man sagt, naja, das war die Zukunft, jetzt sind wir schlauer geworden. Hm, der derzeit mit einem Abstand am schnellsten wachsende Wissensspeicher der Menschheit überhaupt ist YouTube. Jetzt könnte ich mal hier in den Raum fragen, wie viele Stunden haben Sie die letzte Woche auf YouTube verbracht? Die Antwort wird sein, deutlich zu wenig. Natürlich ist es so, dass auf YouTube eine unfassbar große Menge an Mist ist. Und ich bin der Erste, der sagt, dass Schminktipps die Menschheit nicht wirklich nach vorne bringen werden. Was man dadurch aber nicht vergessen darf, ist, dass dort Millionen und Abermillionen von Stunden hochwertigstem Content entstehen. Stellen Sie sich das vor wie ein nie endländendes Telekolleg zur sämtlichen Wissenschaftsdisziplin, wo Sie selber jederzeit entscheiden können, möchte ich es mir von einem Dorfschullehrer erklären lassen oder von einem Nobelpreisträger. Exakt das bietet gerade YouTube. Mir ist keine Bibliothek bekannt, die sich dem Phänomen auch nur ansatzweise ernsthaft irgendwo nähert. Dort entsteht gerade Menschheitswissen und wir schauen halt nach wie vor, wie wir so über die Runden kommen. Ich musste gestern sehr schmunzeln bei Herrn Berger, der die kleine Anekdote erzählt hat, dass bei einem Vortrag von ihm mitgefilmt wurde und das dann irgendwie Jahre später auf YouTube aufgetaucht ist. Da kann ich nur sagen, ja, genau so funktioniert diese Welt da draußen gerade. So, darum nehme ich mich gerade hier auf, selber, um mich nämlich morgen mit diesem Vortrag auf YouTube zu stellen. Ja, weil dann kann ich wenigstens sicherstellen, dass meine Folien vernünftig aussehen. Das heißt, Sie können Ihre Smartphones jetzt wieder einpacken, mit denen Sie mich gerade leider sowieso nicht abfilmen. Aber der Gedanke dahinter finde ich ja noch viel spannender. Warum wird diese Veranstaltung hier eigentlich nicht abgefilmt und ins Netz gestellt? Warum diskutieren wir hier eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Bibliothek? Unsere Grund-DNA als Bibliothek ist Öffentlichkeit. Wir haben noch interessante Themen hier. Könnte man doch eigentlich machen. Wir gehen als Staatsbibliothek in Berlin erste tapende Schritte in die Richtung und versuchen, so unsere öffentlichen Veranstaltungen so gut es geht zu dokumentieren, abzufilmen und online zu stellen. Schauen Sie mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dabei merkt man vor allen Dingen eins, das ist schon harte Arbeit. Also jetzt plötzlich so eine kleine Medienproduktion in einer klassischen Bibliothek zu betreiben, ist nicht so ganz trivial. Es ist aber im Jahr 2018 auch keine echte Raketentechnik. Das heißt also, das ist schon ein Bereich, wo ich sage, auch für den Bereich Öffentlichkeit und Sichtbarkeit ist das eine gute Investition. Noch ein etwas zynisches Beispiel zum Bestand. Eine Einrichtung, in denen Ihr wirklich gut sortierter Bestand, an dem jahrelang gut gesammelt wurde, überhaupt gar nichts genutzt hat, sind die Videotheken. Wie viele Videotheken gibt es eigentlich noch in der Welt? Sie sehen, dass hier in den letzten zehn Jahren 70 Prozent aller Videotheken in Deutschland geschlossen worden sind, 70 Prozent, obwohl die sich viel Mühe gegeben haben, aber die sind einfach durch Netflix, durch Amazon Prime Video und so weiter komplett hinweggefegt worden, weil sie einfach der Nützlichkeit der digitalen Medien nicht mehr das geringste entgegenhalten konnten. Von daher glaube ich, dass also weiter so wie bisher und insbesondere das Pochen auf ja, wir haben Bestand, ist keine gute Strategie, um über die nächsten 15 Jahre zu kommen. Szenario 2 klingt jetzt ein bisschen antiklimatisch dem gegenüber. Es fängt nämlich immer noch an mit weiter so wie bisher. Erweitert sich dann aber. Ja, aber wir machen es richtig gut. Das heißt also, wir schauen genau hin, okay, was sind die Stärken, die wir tun und was können wir dort besser machen? Das mit den Videos gerade eben ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Schauen wir mal drauf, was machen wir eigentlich traditionell? Was sind so die großen Aufgaben von Bibliotheken? Sammeln, bewahren, erschließen und bereitstellen. Sammeln und bewahren hatte ich gerade eben schon ein bisschen ausgeklammert, vielleicht nicht so spannend. Erschließen und bereitstellen, da können wir noch wirklich gewinnen. Zanova hat jetzt gerade vor ein paar Tagen erst in der Festschrift für Herrn Bürger einen ganz bemerkenswerten Text geschrieben, wie ich finde. Ein kleiner Ausschnitt davon. Hier definiert er mal, was eigentlich für jede Bibliothek Standard sein sollte, wie sie mit einer mittelalterlichen Handschrift umgehen sollte, die sie in ihrem Bestand hat. Das sind sechs Punkte, die er hier nennt. Alles immer hoch auf höchst auflösend, als Digitalisat vorliegen. Punkt zwei, OCR-Volltext dafür anbieten, auch für Handschriften, ich komme gleich dazu. In weltweit verteilten virtuellen Arbeitsumgebungen soll es nutzbar sein. In diesen Umgebungen mit Annotationen, Kommentaren und Forschungsdaten anreicherbar, als Open Data in beliebige Plattformen, Portale und Apps exportierbar und auch dann im konkreten Forschungslesesaal als physisches, reales Exemplar bestellbar sein. Da kommt zu dem schönen Fazit, das ist alles zwar kein Hexenwerk, aber es ist auch nicht nichts. Das muss man erstmal machen. Eine Bibliothek, die diese sechs Punkte schon alle so erfüllt, ich glaube, ich kenne sie in der Form noch nicht. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Benchmark für dieses so, wir machen das in richtig gut. Um ein paar einzelne Punkte rauszugreifen, genauer gesagt zwei. Das erste ist OCR. Da würde man jetzt sagen, OCR für mittelalterliche Anschriften, aber das geht doch gar nicht, beziehungsweise ist doch wahnsinnig teuer. Da muss man wirklich sagen, im Jahr 2018, die Zeiten sind vorbei. Man muss sagen, OCR ist eigentlich kein limitierender Faktor mehr für nahezu nichts. Sie sehen mal hier, jetzt für den Bereich Antiqua, bei Fraktur sieht es ganz ähnlich aus. Zum einen die Erkennungsqualitäten der Volltexte in den letzten Jahren seit 2005 und zum anderen das, was ich bei einem wirklich guten Dienstleister, beispielsweise der Herr Mühlberger in Innsbruck wäre da zu nennen, pro Seite bezahlen muss. Das war so 2005, habe ich noch mehr für 35 Cent in Göttingen bezahlt, für eine Seite Volltexterkennung. Mittlerweile bin ich jetzt auf 0,1 Cent runter. 0,1 Cent. Das heißt, Sie können eine Million Seiten OCR erfassen lassen und das kostet Sie praktisch überhaupt nichts. Die Erkennungsraten für Antiqua und auch für Fraktur sind mittlerweile mehr als nutzbar. Und wenn man sich jetzt gerade das Skriptum-Projekt anguckt von Mühlberger, auch die Fortschritte im Bereich Handschriftenerkennung werden gerade dramatisch besser. Also wenn Sie eine Strategie jetzt ausrichten in dem Bereich, richten Sie Ihre Strategie darin aus, dass auch Handschriften in wirklich sehr, sehr guter Qualität innerhalb der nächsten spätestens zehn Jahre verfügbar sein werden. Der zweite Punkt, hier sein fünfter, als Open Data in beliebige Plattformen, Portal und X exportierbar sind. Open Data macht aber natürlich nur dann Sinn, wenn dann auch ein bisschen was drinsteckt in den Daten. Das heißt also, wir haben dann vielleicht irgendwie den dummen Volltext, aber der ist ja nun mal selber auch erstmal relativ dumm. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Band digitalisiere, 200 Seiten, weiß der erstmal nichts über seine Struktur, er weiß nichts über seine Entitäten, das heißt, welche Personen kommen vor, welche Orten kommen vor. Also das, was wir alles mit dieser sogenannten Named Entity Recognition versuchen zu erledigen und was bisher technologisch immer sehr, sehr schwach ausgefallen ist. Das wird sich jetzt aber sehr dramatisch ändern und das ist genau dieser Punkt im Bereich Erschließen, auf den ich jetzt kommen möchte. Denn das, worüber wir hier wirklich an Bibliotheken viel, viel mehr reden müssen, ist Machine Learning. Es ist in den Vorträgen heute schon mal kurz jeweils angeschnitten worden. Ich habe leider nur begrenzte Zeit. Ich habe eine Keynote dazu in Wolfenbüttel gehalten, die ich sehr empfehlen möchte. Liegt auf YouTube. Da kann man sich meine Herleitung eine Stunde lang nochmal etwas genauer angucken. Ich möchte aber auf die zentralen Thesen, die ich da eingestellt habe, hier kurz eingehen. Das eine sind ein paar Missverständlichkeiten bei der Begrifflichkeit. Weil man häufig jetzt in so eine Schublade reinkommt, naja, der redet jetzt von künstlicher Intelligenz, aber die ist ja noch überhaupt gar nicht da. Zunächst einmal hilft es, wenn wir in dem Bereich drei große Gruppen teilen, nämlich zum einen Big Data und Data Mining. Das ist also das, wo quasi die eigentliche Datenebene passiert. So ein Big Data haben wir als Bibliotheken schon ganz schön viele. Unsere Sammlungen sind eben einfach mal groß. So und unsere Kataloge sind umfangreich. Data Mining sind ja die konkreten Verfahren, mit denen ich auf diesen Daten arbeiten kann. Hat auch mit KI oder also künstlicher Intelligenz noch erstmal rein gar nichts zu tun. Die zweite Ebene ist dann die des Machine Learning oder Deep Learning. Machine Learning heißt einfach nur, dass wir eben mithilfe sogenannter neuronaler Netze, die wir versuchen in etwa dem menschlichen Gehirn nachzubilden, lernende Algorithmen haben, die wir mit Trainingsdaten füttern und wo dann am Ende hoffentlich einigermaßen sinnvolle Ergebnisse dabei rauskommen. Deep Learning ist nur eine Spezialisierung davon, dass diese Daten nicht nur in einem neuronalen Layer angeordnet sind, sondern in mehreren Schichten untereinander, die unterschiedlich stark abstrahieren und aufeinander Bezug nehmen. Ist aber im Prinzip, eigentlich kann man das immer als ein und dasselbe nennen. Das hat auch mit künstlicher Intelligenz eigentlich noch überhaupt gar nicht viel zu tun. Das ist rein lineare Algebra, die da passiert. Das könnte ich alles noch von Hand nachrechnen, wenn ich möchte. Der dritte Bereich, der dann unten drunter poppt und der jetzt immer in den Medien so hochgekocht wird, ist dann der der eigentlichen künstlichen Intelligenz, AI, Artificial Intelligence. Und hier ist es extrem hilfreich, wenn man sich hier drei unterschiedliche Klassen erstmal vor Augen führt, damit man nicht in die Falle reinläuft, zu sagen, oh mein Gott, wie dumm sind die doch alle noch. Weil wenn ich anfange, mit meinem Smartphone zu reden, mit Siri oder mit Alexa, natürlich hört sich das alles noch sehr dumm an. Ich glaube aber, dass es für uns Bibliotheken ziemlich egal ist. Denn es gibt diese drei Arten von künstlicher Intelligenz, die wir unterscheiden. Narrow, General und Superintelligence. Die Narrow Intelligence ist so definiert, dass sie genau eine einzige Sache sehr, sehr gut macht. Beispielsweise eine Klassifizierung eines Werkes. Das kann dann nichts anderes, sondern nur das eine, aber das kann es sehr, sehr gut. Die AGI, das heißt die General Intelligence, entspricht den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen. Das heißt, das kann sehr, sehr viele Sachen sehr gut. So, da sind wir noch lange nicht. Das ist also, sprich, der Algorithmus, der mein Buch klassifiziert, wenn ich den frage, wie morgen das Wetter wird, oder er soll mal die ersten zehn Primzahlen aufsagen, wird er das alles nicht leisten können, weil das neuronale Netz darauf überhaupt nicht trainiert ist. Das heißt also, hier haben wir einen Quantensprung in dem, was schon ganz gut geht. Denken Sie an die Go-Spieler, die mittlerweile geschlagen werden, zu dem, was noch überhaupt nicht vernünftig geht, nämlich so etwas wie allgemeines Bewusstsein oder ein Verständnis von Welt, ein Gesamtkonzept von dem, wie Leben funktioniert. Da sind wir noch wirklich in vielen, vielen Jahren nicht. Da bin ich auch pessimistisch, ob das noch besonders zügig passieren wird. Früher oder später wahrscheinlich schon. Und wenn die AGI sich dann noch weiterentwickelt, dann sind wir bei der Superintelligence, die dann also sich selber optimieren kann. Brauchen wir aber auch nicht zu diskutieren. Die gute Nachricht ist nämlich, für uns Bibliotheken sind wirklich nur diese Narrow Intelligences interessant. Wenn nämlich AGI oder ASI passiert, dann haben wir als Menschheit sowieso ganz andere Probleme. Dann reden wir nicht mehr über die Zukunft von Bibliotheken. Aber diese ANIs, das heißt also, wie können Algorithmen mit Machine Learning von uns trainiert, uns bei der Erschließung helfen, unserer Bestände oder auch von anderen Beständen. Da liegen wirklich die Nuggets für uns. Und es gibt, glaube ich, viele Gründe, die da draußen noch viel zu wenig gesehen werden, auch von der Informatik, auch von der Industrie, warum wir als Bibliotheken perfekte Spielpartner sind dafür. Zunächst mal sind wir der ältesten Big Data Halter der Menschheitsgeschichte. Das haben wir schon immer gemacht. Das können wir ganz schön gut. Davon haben wir ein klares Konzept. Wir sammeln nicht erst seit zehn Jahren Daten. Wir haben dabei, gerade im Vergleich zu Video und Foto, teilweise absurd kleine Datenmengen. Unsere OCR-Texte sind also lachhaft klein und sehr, sehr gut zu prozessieren gegenüber, sagen wir mal, Millionen Stunden YouTube-Baterial. Es ist viel komplizierter. Trotzdem ist die ganze Forschung gerade auf Videos und Fotos spezialisiert. Warum eigentlich? Weil wir nicht laut genug sind. Und dann unser wirkliches Killer-Feature. Wir haben Ground Truth. Ground Truth definiert, wir haben perfekte Trainingsdaten. Das ist nämlich das, was unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare seit Jahrhunderten erfassen. Das heißt, wir haben beispielsweise bei unseren Digitalisaten in der Staatsbibliothek schon die perfekten Strukturdaten. Wir haben seit zehn Jahren Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen, die die Inhaltsverzeichnisse abtippen, ohne OCR, einfach so. Das heißt, sie haben in unserer METZ-Datei wirklich eine klare Struktur, wo welches Kapitel ging. Diese ganzen Trainingsdaten sind schon da. Das hat kaum jemand anderes da draußen, weil wir haben es uns geleistet, die letzten 100 Jahre Erschließung zu betreiben mit unserer doch sehr, sehr großen Manpower. Kein Wirtschaftsunternehmen da draußen würde jemals so ein Geld in die Hand nehmen. Man sieht das auch jetzt bei der Erschließung von der Google-Digitalisierung, die praktisch ja nicht vorhanden ist. Wir haben es uns geleistet. Wir haben fantastische Trainingsdaten, die man für Machine Learning einsetzen könnte. Und wir haben keine versteckte Agenda. Das heißt also, wir haben eben keinen Shareholder-Value, dem wir irgendwo gerecht werden müssen, sondern wir können wirklich sagen, wir sind altruistisch und wir wollen insgesamt für Wissenskonzepte neue Wege erschließen. Ich finde, das sind ziemlich gute Gründe, warum man mit uns reden sollte und warum wir viel offensiver in diesem Bereich mit der Informatik in den Diskurs gehen sollten. Ansonsten passiert uns das hier, dass wir nämlich nach der Wikipedia und nach den Suchmaschinen auch die dritte große Technologieentwicklung im EU-K-Soktor komplett verschlafen. Und dann werden wieder irgendwelche Dienstleister ankommen mit fertigen Algorithmen, werden die uns anbieten zu völlig überzogenen Preisen und wir werden mit den Ergebnissen sehr, sehr unglücklich sein. Und dann erinnern Sie sich an meine Worte und sagen, hätten wir es damals anders gemacht. Was muss man anders machen? Investieren in diesen Bereich. Wir müssen selber verstehen, wie es geht. Das heißt also, wir kommen nicht drum rum, mal nachzugucken, was passiert denn da wirklich auf der Ebene der Informatik. Es ist alles wunderbar dokumentiert. Es ist also schon komplizierte Informatik, aber es ist nicht irgendwie unlösbar, das zu verstehen. Wie gesagt, die letzte Entwicklung, wo wir es wirklich verpennt haben, sind Suchmaschinen. Die spielen für unser aller Dienst eine immens wichtige Rolle. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Bibliothekarinnen oder Bibliothekare, die als Informatiker an deutschsprachigen Bibliotheken arbeiten, deutschsprachig wohlbemerkt, wie viele von denen sind eigentlich in der Solar Core Group drin? Das heißt also in dem inneren Kreis von den Leuten, die sich um die Weiterentwicklung von der relevanten Bibliothekssuchmaschine interessieren. Die Antwort ist null, exakt niemand. So, meiner Meinung nach darf uns das bei den Machine Learning Algorithmen nicht nochmal passieren. Von daher als Faustregel für Ihre nächsten Entscheidungen im Personalbereich auf drei Bibliothekarinnen, die Sie neu einstellen oder neu besetzen, bitte auch immer eine Informatikerin und am besten in genau diesem Bereich. Da kommt dann schnell die Frage auf, naja, aber werden denn unsere ganzen Bibliothekarinnen dann arbeitslos werden, wenn denn dann die Algorithmen so gut sind, dass sie wirklich auch vernünftig gut erschließen können, weil wir so gute Trainingsdaten haben und da ist meine klare Prognose, zum Glück 15 Jahre, nein, die werden einfach nur ein ganz anderes Jobprofile haben. Das heißt, die werden eben nicht mehr selber erschließen, sondern die werden sich gerade richtig eingearbeitet haben in diese Trainings der Algorithmen und in die Überwachung der Ergebnisse aufgrund eben ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in dem Bereich. Auch das ist ein Fund, was die Industrie da draußen, die in dem Bereich ansonsten gerade forscht, kaum hat. Leute, die so ehrenhaft und mit so viel Expertise Erschließung betreiben können und dann eben auch etwas entsprechend korrigieren können. Das heißt also, zukünftige Interfaces für Bibliothekarinnen sehen dann vielleicht eher so aus. Das ist hier übrigens der sogenannte Playground von TensorFlow. TensorFlow ist so eins der großen Machine Learning Frameworks. Das wirklich mal ausprobieren und damit mal ein bisschen spielen. Da kann man nämlich selber mal so ein neuronales Netz aufbauen und mal mit einer ganz einfachen Fragestellung, nämlich so einer simplen Mustererkennung, Sie sehen hier oben rechts eine Spirale, kann man das mal selber ein bisschen einstellen, wie sich das eigentlich auswirkt und da sieht man nämlich schon bei dieser Spieleplattform, dass das alles nicht so out of the box passiert, sondern dass man relativ viel parametrisieren muss, um zu gucken, wann sind die Ergebnisse und wann sind die Selbstlernprozesse dieser Algorithmen wirklich gut. Und ich glaube, dass hier wir mit unserem Wissen über unseren Bestand schon sehr segensreich werden können. Und der Punkt ist, wir können es ja nicht nur mit dieser Expertise auf unserem Bestand sein, sondern Leute können auch zu uns kommen mit Datensätzen und sagen, was kannst du mir über diesen Datensatz hier sagen? Auch das ist, glaube ich, eine gute Strategie, um von dieser Bestandsfixierung dessen, was wir selber haben, wegzukommen. Ansonsten, wenn Sie das Thema interessiert, unbedingt das hier mal lesen. Es dauert ungefähr zwei, drei Stunden, Tim Urban, aber danach werden Sie die Welt sehr anders sehen, nämlich die AI-Revolution, das ist wirklich das eindrucksvollste Paper, was ich in den letzten fünf bis zehn Jahren überhaupt gelesen habe. Wie gesagt, die Folien gehen online, müssen Sie sich jetzt die Sachen nicht abklinken. Danach sieht man, glaube ich, doch manches anders auf der Welt. Nochmal eine andere Facette von, wir waren gerade bei Erschließen, ich möchte jetzt nochmal zu Bereitstellen kommen. Was haben wir jetzt in den zwei Tagen heute schon für fantastische Bauten gesehen? Da möchte natürlich die Staatsbibliothek nicht zurücktreten. Hier unser gerade frisch renovierter neuer Lesesaal unter den Linden, das ist auch schon doch ganz ansehnlich. Und das ist ja schon repräsentativ für sehr, sehr viele Bibliotheksbauten. Also gestern, auch wieder Herr Berger, das Beispiel fand ich toll, wo er gesagt hat, der Campus brauchte das eine ikonische Zeichen und das ist die Bibliothek und damit verbindet man es. Das ist ein guter Spirit, der da drin steckt. Und ich frage mich immer, was übersetzt davon eigentlich in unsere Online-Angebote von dieser Anmutung, von dieser Grazie, von dieser Großzügigkeit? Und da soll man jetzt nicht mit Fingern auf andere zeigen, von daher nehme ich immer die eigenen Sachen. Das ist jetzt so die Startseite der Staatsbibliothek, die ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber würde ich sagen, ja, ist okay. Das ist halt nicht orange, sondern blau, aber das hat was mit der Farblogik innerhalb der Stiftung zu tun, aber einigermaßen aufgeräumt und es gibt schlimmere Bibliothekseiten, damit kann man schon irgendwie leben, auch wenn es im Großen und Ganzen jetzt vielleicht nicht so den Überwältigungsflair unseres Lesesaals hat. Der Punkt ist aber, das ist jetzt nur so ein Begrüßungsportal, was passiert denn, wenn ich jetzt mal so in ein echtes Arbeitsinstrument reingehe, nämlich unser OPAC, das heißt also was eigentlich unser Nervensystem ist und unser Gedächtnis. Da sieht es dann halt so aus. Und da denke ich dann immer, muss das denn eigentlich so sein? Das ist halt ein klassischer OPAC, so wie er halt seit 20 Jahren aussieht, mit den Funktionen, wie er vor 20 Jahren aussieht. Hier, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, hätte ich jetzt viel Gutes über den ÖNB-OPAC in der Tat sagen können. Da sind Sie schon einen guten Schritt weiter, wie Sie das integriert haben. Wobei man auch da, wenn man so zwei, drei Klicks nach links oder rechts macht, bröckelt der Lack dann auch schon ein bisschen. Ich würde halt nur wirklich dafür plädieren, unsere Online-Angebote müssen uns in Sachen Anmutung, Ästhetik, Nutzbarkeit genauso wertvoll sein wie unsere physisch-realen Leseseele. Wie viel Know-how und wie viel Herzblut haben wir gestern in den Architekturplanungen gesehen, wie diese Gebäude funktionieren sollen. Und heute muss man Glück haben, wenn man für irgendeinen Antrag auch noch einen Usability-Experten überhaupt bezahlt bekommt, weil das machen ja die Informatiker irgendwie so alles mit. Aber Mediengestalter sind halt keine Informatiker und Bibliothekarinnen sind auch keine Mediengestalter. Das heißt also, hier entsteht schon irgendwo ein Vakuum, was wir wirklich langsam anfangen müssen, sehr ernsthaft und seriös mal zu füllen. Ich komme zum Szenario 3. Wir machen auch noch ganz andere Dinge. Das wird jetzt ein bisschen abgehoben vielleicht. Ich versuche das aber mit plastischen, also sehr plastischen sogar, Beispielen zu hinterlegen. Ich stelle mir in den letzten Monaten vor allen Dingen wirklich in vielen Situationen immer die Frage, könnten da Bibliotheken nicht auch was machen? Und so die kritische Frage, die ich dann selber sofort im Kopf habe und die werden auch Sie gleich regelmäßig im Kopf haben, ja ist das denn wirklich unsere Aufgabe, was der uns da jetzt zeigt? Warum sollten Bibliotheken das denn machen? Ich würde nur jetzt Sie auf das Experiment einladen, sich dann gleichzeitig immer zu fragen, naja vielleicht nein, aber wer soll es denn sonst machen? Das heißt also, gibt es denn wirklich eine andere gute Einrichtung außer Bibliotheken, die so eine Lücke gerade füllen können? Beispiel Dropbox. Reden wir doch mal über Infrastruktur. Wir bieten als Bibliotheken ja nun wirklich schon seit Jahrhunderten Infrastruktur für Information und Wissen an, in Form unserer Bestände und in Form unserer Lehr- und Lernumgebung. So, wir wissen aber heute, dass halt große Teile dessen, wie die Gesellschaft da draußen arbeitet und lebt, eben digital geworden ist und auch dafür braucht sie digitale Infrastruktur. Ein Beispiel, was wahrscheinlich jeder von uns mag und wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns auch nutzt, ist eben Dropbox. Ein relativ simples Prinzip, wo ich halt einfach meine Dateien in die Cloud schieben kann und kann das auf verschiedenen schönen Devices synken und habe das alles irgendwie beisammen und muss mir nicht viel Gedanken darum machen. Trotzdem landet das Ganze eben auf einem US-Server und wir wissen nicht erst seit Snowden oder seit Cambridge Analytics, dass das vielleicht nur so eine semi-gute Idee ist, wenn wir unsere BMBF-Anträge in Dropbox hochladen. Und der entscheidende Punkt ist, es ist ja gar nicht so, dass es keine Alternativen dazu gäbe. Wenn man sich mal auch nur fünf Minuten umguckt, dann sieht man beispielsweise, es gibt dieses charmante Nextcloud. Das hat auch ein schönes Blau, das spricht auch schon mal dafür. Und das macht eigentlich exakt dasselbe, was Dropbox macht, nur dass man es auf eigenen Servern betreiben kann, auf eigener Server-Infrastruktur. Ansonsten die Features synken über Geräte, ich habe es nun wirklich überall bei mir installiert, auch die Art und Weise, wie man ad hoc Sachen teilen kann, wie man ad hoc Arbeitsgruppen zusammenführen kann. Es funktioniert alles perfekt ganz genauso. Der Haken an der Sache ist, und das ist natürlich Open Source, der Haken ist, es ist relativ kompliziert zu installieren. Das heißt, man wird jetzt nicht sagen, jeder, der jetzt nicht zumindest irgendwie ein bisschen Ahnung von Technik und Informatik hat, setzt sich jetzt irgendwie seine eigene Nextcloud-Installation aus. Das wäre auch schon in Bezug auf Datenschutz nicht besonders sinnvoll, weil wenn man keinen Server administrieren kann, sollte man keinen Server administrieren im Internet. Aber wo gibt es denn jetzt Einrichtungen, die so etwas für mich anbieten könnten? Hm, das könnten ja vielleicht Bibliotheken machen. Wenn man sich anschaut, die Universitäten, die machen das schon im großen Rahmen. Das heißt also, das, was man dann auch immer so als virtuelle Forschungs- oder Arbeitsumgebung gibt, normalerweise, wenn ich mich jetzt bei einer Universität einschreibe, die einigermaßen up-to-date ist und einigermaßen fites Rechenzentrum hat, habe ich dann einen Auswahlkatalog, was ich gleichzeitig alles dann umsonst Services bekomme. Das hat angefangen mit den E-Mail-Adressen, die wir damals bei den Unis hatten. Und heute ist es halt eine eigene Nextcloud-Installation, die ich einfach mir mit einem Klick schießen kann. Und dann ist das Ganze up and running und wird von denen seriös betrieben. Aber die machen das halt nur für ihre immatrikulierten Studierenden. So, wer macht das für den Rest der Welt? Vielleicht könnten das Bibliotheken machen. Und dieser Bereich Storage ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen verschiedenen kleinen digitalen quasi Microservices, wo man sagt, die werden jetzt im Wesentlichen von kommerziell getriebenen Firmen betrieben. Muss das eigentlich so sein? Und gibt es nicht mittlerweile Open-Source-Varianten, die wir als Bibliotheken vielleicht in einem ersten Schritt unseren eigenen Nutzerinnen und Nutzern, die auch wirklich noch einen Ausweis bei uns haben, und dann finden wir das gut und wir merken, es wird gar nicht so schrecklich. Und dann in einem zweiten Schritt gehen wir damit vielleicht wirklich in die Welt hinaus. Warum denn eigentlich nicht? Wer soll es denn sonst machen? Das heißt, wir sind jetzt so flexibel geworden, das hat sich gestern, finde ich, wirklich schön gezeigt, weg von dieser Denke, wir haben einen Bibliothekslesesaal und der hat genau eine Funktion hinzu, wir müssen sehr flexibel sein, was die Funktion angeht. Warum schaffen wir diese Flexibilität nicht auch in unseren digitalen Angeboten, wo wir immer noch sehr darauf fixiert sind, PR zu betreiben auf der anderen Seite und Rechercheinstrumente anzubieten. Aber es gibt so viel anderes, was unsere Gesellschaft digital vielleicht von uns bräuchte. Sehr schön finde ich hier, im Auszug auch von Lennart Novy, das, was Rebecca Smith Aldrich sagt aus den USA, die bringt das auf die schöne Formen, Libraries are about people, not stuff. Das heißt also, wir müssen schauen, was passiert mit den Menschen da draußen und weniger, was passiert mit den Objekten und was passiert mit unserem Bestand. Und hier möchte ich jetzt auch nochmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Bestand? Das Gegenteil von Bestand ist etwas, das nicht da ist oder das fehlt oder das mal da war. Und ich finde auch hier ist es doch mal ganz interessant, darauf zu gucken, was ist eigentlich alles weggefallen in letzter Zeit, was man vielleicht gar nicht so mitbekommen hat, was wir Bibliotheken hätten vielleicht retten müssen oder wo man vielleicht irgendwo in eine Lücke reinspringen möchte. Und was mich wirklich gerade umtreibt, ist dieser Bereich Dokumentation und Hilfe von allem Möglichen. Ich habe den Eindruck, die Menschheit vergisst gerade zu dokumentieren. Ich habe das mal unter dem Schlagwort hier gefasst, das Verschwinden der Anleitung. Und jetzt müssen wir mal über meine Mutter reden. Ich habe meiner Mutter ein Navi geschenkt, dieses Jahr im Sommer. Das ist er und zwar irgendwie jetzt kein irgendwie Billigprodukt, sondern so vom Markenführer. Und da sehen Sie also jetzt hier die verschiedenen Komponenten und Sie sehen hier vorne jetzt ein Printheft, was da noch so eingeschweiß liegt. Da ist keine Anleitung drin, sondern da sind die Legal Notices drin, das heißt also die ganzen Rechtstexte. Die müssen natürlich unbedingt noch ausgedruckt sein. Bei diesem Navi liegt keine Anleitung bei. Das heißt also, da hat es zwar ein Touchpad und da kann man irgendwie drauf drum drücken, aber eine Anleitung dazu gibt es nicht. Und wenn man dann sich fragt, naja, aber wie lernen die Leute das dann irgendwie mit der Bedienung, dann sieht man also irgendwo einen Hinweis auf der Packung, dass man also online gehen kann, um sich da die Anleitung dann anzuschauen. Und man landet auf einer englischsprachigen, ne, die ist deutsch, okay, auf einer deutschen Seite, muss man allerdings umschalten die Sprache, also steinmäßig landet man erstmal auf der englischen, muss erstmal finden, wo es geht zur deutschen Version, wo man sich dann hier so durch sein hierarchisches System ohne Screenshots im Übrigen, also ohne Bilder durchklicken muss. Und oben der allerkleinste Button, da wo das Druckerzeichen ist, wenn man sich mal traut, auf das Druckerzeichen zu gehen, wo ich mal was sagen würde, da gibt es zum Druck, da werde ich dann plötzlich auf eine Seite geleitet, wo es irgendwo in Richtung eines PDFs gibt, allerdings nur englischsprachige, man muss dann noch wieder den Link finden, View Publications in all Languages, und wenn ich da draufgehe, dann bekomme ich plötzlich eine perfekt gestaltete deutschsprachige Anleitung, ja, mit Screenshots und allem drum und dran. Das ist total symptomatisch für ganz, ganz viele Geräte, die ich in den letzten Jahren gekauft habe. Und dahinter steckt meiner Meinung nach eine Haltung, und diese Haltung ist problematisch. Und der sollten wir uns bewusst werden. Was hat das mit Bibliotheken zu tun? An die eigene Nase fassen? Wie viel Aufmerksamkeit und Einsatz investieren wir eigentlich selber in Hilfe und Dokumentation von dem, was wir tun im digitalen Bereich? Wie gut erklären wir eigentlich wirklich unsere Angebote? Und ich habe dann also auch mal jetzt als Vorbereitung mal angefragt, in unserem OPAC mal die Hilfe mir durchzulesen, und sie ist nicht total schlecht, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, naja, Hilfetexte werden eh nicht gelesen. Vielleicht müssen wir hier einen komplett anderen Ansatz irgendwo versuchen zu fahren. Und das Argument, was man aber immer häufig dann hört, wenn ich das mit Leuten diskutiere, ist, naja, es bedient sich ja alles immer einfacher, und das bedient sich ja auch wie alles andere auch. Die Leute können es ja eigentlich grundsätzlich alles schon, dann können sie auch das, ohne dass wir es nochmal gesondert erklären müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz problematische Haltung. Warum? Das Beispiel iPhone wurde schon in dem Vortrag direkt vor mir hier gebracht, dass das ein extremer Bruch war in der Art und Weise, wie die Menschheit plötzlich mit Informationen umgeht. Wir sehen jetzt hier so die letzten iPhones, wie sich das entwickelt hat. Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt, dass die irgendwie größer geworden sind und irgendwie schneller, sondern der ganz entscheidende Punkt, den aber wir alle schon vergessen haben nebenbei, da fand 2008 statt. Nämlich der Screen des allerersten iPhones, der sah so aus. Da hatten sie genau diese 15 Apps und keine andere. Das war's, wenn die das iPhone gekauft haben. Und erst ein Jahr später kam der App Store hinzu, und seitdem sieht jetzt also mittlerweile mein iPhone-Screen so aus. Das sind also Seite um Seite um Seite von einzelnen Apps, die jeweils nützlich sind und einzelne Funktionen für mich erledigen, die aber natürlich auch alle unterschiedlich funktionieren. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, bedienen sich doch alle gleich, weil das ist doch irgendwie Touch und man drückt da irgendwie drauf, dann versteht man halt völlig, dass jeder dieser Apps ein anderes Problem löst, was wieder eine ganz andere Angehensweise braucht. Für keine dieser Apps gibt es irgendwie vernünftige Anleitungen. Trotzdem setzen wir doch voraus, die Gesellschaft wird schon klarkommen. Mittlerweile hat Apple ja sogar Ordner eingeführt, in die man noch die Apps reinsortieren kann, damit man also die hunderte von Apps überhaupt irgendwie organisiert bekommt. So sieht die Welt da draußen aus. Und dieses Argument, naja, aber es ist ja einfacher bedienbar, das ist, glaube ich, ganz problematisch. Jetzt kommt wieder in die Grafik. Ich glaube schon, dass die Bedienbarkeit von Nutzeroberflächen generell auf einem guten Weg ist. Durch die Interaktion mit Touch ist es einfacher geworden, durch das es visueller geworden ist, ist es besser geworden. Und jetzt der nächste Stufe, die wir jetzt haben, dass vieles über Sprachsteuerung gehen wird, wird diese Sache noch mal einfacher machen. Aber Achtung, exponentielle Kurve, die Anzahl an Funktionen auf der anderen Seite explodiert eben viel, viel schneller. Und wir haben, die Bedienbarkeit wird nicht hinterherkommen. Also Sie haben pro Tag einfach tausende neuer Apps, die jeweils auch wieder leicht unterschiedliche Paradigmen bedienen. So und für uns, Jungspunde ist das alles kein Problem. Aber wir werden systematisch einen Großteil unserer Bevölkerung abhängen, nämlich die etwas Älteren. Und hier ist das, was Douglas Adams mal so im Spaß gesagt hat, wo, finde ich, sehr, sehr viel Lebensweisheit drin steckt, wie sich eigentlich Technologie und Alter zueinander verhalten. Wenn man geboren wird, ist alles, was es dort zu dem Zeitpunkt an Technologie schon gab, das, wie es schon immer war und worüber man sich überhaupt gar keine Gedanken macht, dass es da ist. Das war das, was Sie gesagt hatten mit den Digital Natives. Selbst ein Siebenjähriger, für den ist ein iPhone schon kein, nichts Naturgegebenes mehr. Alles, was hinzukommt, wenn man zwischen 15 und 35 Jahre alt ist, ist fantastisch, spannend, aufregend, will ich mir erobern. Vielleicht kann ich sogar eine Karriere darauf aufbauen. Alles, was kommt, wenn ich älter bin als 35, ist gegen die natürliche Wege der Ordnung und der Dinge und damit will ich nichts zu tun haben mit diesem Teufelszeug. Er hat das schon vor einigen Jahren geschrieben. Ich würde sagen, mittlerweile könnte man die Grenze von 35 vielleicht auf 45 hochschrauben, aber ich merke es bei mir jetzt schon. Wir dutschen da jetzt dran. Ich möchte überhaupt wirklich jetzt gar nicht von der Generation unserer Eltern reden. Sprich, was hier noch fehlt in dieser Grafik, ist diese Kurve hier, nämlich die Bereitschaft, Neues zu lernen in Bezug auf das Alter. Und da sehen wir eben, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt rapide abwärts geht und zwar in einem Bereich unten, wo man beschimpft wird dafür, dass man überhaupt noch was Neues anbringt. Diejenigen von Ihnen, die für Technik Support von Eltern zuständig sind, wissen jetzt vielleicht, womit ich meine. Ja, man meint es nur gut und es macht auch die Welt besser und es löst auch ein Problem, aber es ist etwas Neues und alleine das ist schon ein Problem. Das heißt, ein Begriff, der hier, glaube ich, gut passt, ist sowas wie gesellschaftliche Teilhabe und derzeit scheinen sich alle einig zu sein, dass die im großen Teil der Zukunft digital zu sein hat. Und es macht sich aber, finde ich, zu wenig Leute dabei, Gedanken werde alles unters Raster fällt. Und das sind eben mal vor allen Dingen auch die Älteren. Und dieser Bereich von Dokumentation und Hilfe, vielleicht ist das ein Punkt, wo wir als Bibliotheken mal drauf schauen können. Von daher könnte man dann vielleicht den Titel, den ich gewählt hatte, Revolution vergisst ihre Kinder, in Anlehnung an Leonhard auch umdrehen. Auf jeden Fall vergessen wir gerade unsere Alten. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und auch hier muss man mal realistisch sein. Das werden wir auch sehr bald sein. Wir sollten uns alle mehr um die Zukunft kümmern, denn das ist der Ort, an dem wir alle den Rest unseres Lebens verbringen werden. Unausweichlich. Ich versuche, das Ganze erst nochmal in ein paar Thesen zusammenzufassen. Bestand ist ein vielleicht notwendiges, aber sicher kein hinreichendes Kriterium für unsere Zukunftsfähigkeit. Wir müssen Technologie nicht als Bürde oder Last, sondern als Motor unserer Zukunft sehen. Technologie fällt nicht vom Himmel, sondern kann und muss von uns mitgestaltet werden. Wenn wir uns nur um ein einziges technisches Gebiet kümmern wollen, dann sollte dies Machine Learning sein. Ich glaube wirklich, dass nichts anderes so einen Impact auf unser aller Leben haben wird, wie dieser Bereich. Und es ist grundfalsch, sich darüber lustig zu machen, wie schlecht gerade irgendein Gerät damit funktioniert. Denken Sie immer dran, wirklich ein Jahr bevor Go gelöst wurde, hat es wirklich exakt niemand für möglich gehalten auf der Welt, dass man in so kurzer Zeit dort einen solchen Durchbruch bekommen kann. Das exponentielle Wachstum ist dann wirklich nicht zu unterschätzen. Wir müssen unsere digitalen und Online-Angebote mit derselben Liebe und Akribie gestalten wie unsere imposanten Neubauten. Das lege mir wirklich am Herzen. Wir müssen einen breiteren Blick entwickeln für digitale Dienste, die der Gesellschaft fehlen oder von den Falschen angeboten werden. Das Beispiel Dropbox und die Infrastruktur. Gesellschaftliche Teilhabe wird immer stärker durch Digital Literacy bestimmt. Hier müssen wir ein guter Anwalt werden für die ganze Gesellschaft, weil wer soll es denn sonst machen? Dieser Begriff von Bibliothek als dritter Ort, den ich vorhin genannt hatte, ich glaube, wir sollten schauen, dass wir den auch online schaffen. Ich weiß noch wirklich nicht wie, ansonsten, ich verspreche es Ihnen, würde ich es Ihnen sagen, aber ich glaube, dass es uns gut täte, genau darüber zu forschen. Ich habe noch einen kleinen Epilog, bevor ich Sie zum Buffet vergesse, ich glaube, es wird sich aber lohnen, diese vier Folien, die jetzt noch kommen. Und zwar die Zukunft des Buches als solches, weil ich jetzt viel über digital gesprochen habe und wenn Sie mal im Internet recherchieren, das ist alles auf YouTube, werden Sie sehen, dass ich ein ziemlicher Überzeugungstäter bin, darin öffentlich zu erklären, dass Bücher überwunden werden müssen. Das heißt, es gibt etliche Veranstaltungen, wo ich verargumentiere, dass also E-Reader und E-Books eigentlich in nahezu allen Belangen einem physisch-realen Buch überlegen sind. Das Ganze gipfelte darin, dass ich bei einem Vortrag auf der Bühne ein Buch zerschnitten habe, um es auf der Bühne zu digitalisieren. Ich war da also schon relativ krawallig unterwegs, was das angeht. Jetzt bin ich seitdem Vater geworden und das ist in der Tat der Moment, in dem mein Sohn zum ersten Mal in seinem Leben eine physische Buchseite umblättert. Und ich muss sagen, dieser Moment macht doch etwas in einem so als Mensch. Da merkt man plötzlich schon, dass so das Medium Buch so eine Transzedenz hat und irgendwie eine Qualität hat, die etwas Digitales dann eben nicht abbilden kann. Und was soll ich sagen, seitdem bekommt ihr eine Menge Bücher und wie organisiert man das, wenn man in einer Bibliothek arbeitet? Na, bekommt natürlich einen Bücherwagen, in dem er jetzt also stolz durch die Wohnung seine ganzen Bücher schieben kann und da also immer exklusiven Zugriff drauf hat. Viel anderes Spielzeug ist weggesperrt, Zugriff auf die Bücher ist ihm immer gewährt. Der ganze DNA der Bibliothek entsprechend, Freiheit und Zugang jederzeit und für alle. Und das ist der Moment, wo ich jetzt natürlich gerne ans Buffet entlassen würde mit einem wohlig warmen Gefühl im Herzen, aber dieses Bild ist nicht ganz vollständig. Wenn ich nämlich jetzt nochmal die rechte Seite aufdecke, das passiert, wenn man ihm neben seinem Bücherwagen ein iPad mit einem E-Book drauf, also einem Kinder-E-Book halt draufliegt. Dann können sie leider sicher sein, wird er nicht nur Minuten, sondern stundenlang sich mit nichts anderem mehr beschäftigen wollen und die Bücher sind wirklich komplett out und es gibt dann also einen wirklich großen Zornesanfall, wenn man ihm dann also versucht, das iPad wieder wegzunehmen. Das höre ich auch von allen anderen Eltern, dass also hier wirklich ein Suchtverhalten stattfindet, das ist also wirklich kalter Entzug, der dann in dem Moment empfunden wird. Es ist also einfach unglaublich, was für eine Faszination diese digitalen Medien offensichtlich schon auf Kleinkinder ausüben. Das ist nun keine besonders neue Erkenntnis, aber für mich persönlich ist jetzt dieses Spannungsfeld zwischen das ist kein Selbstläufer, dass jetzt Kinder bei analogen Büchern bleiben, sondern wahrscheinlich muss man jetzt wirklich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern das tun wir, also wir sperren das iPad jetzt weg, er bekommt das einfach nicht mehr, weil es ihn einfach offensichtlich zu sehr aufregt und das muss einfach viel später alles passieren. Das ist aber eben kein Selbstläufer, muss etwas dafür tun und damit muss ich dann also dann schließen, wir müssen schon auch das Buch retten in seiner analogen Form für die nächsten 650 Jahre. Vielen Dank. Applaus Applaus